Mein Gott, so schlechte Witze. Halt, die sind schon so schlecht, dass es schon ein Verbrechen ist, sie überhaupt Witze zu nennen. So schlechte Sprüche habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und dann noch die verstopfte Stimme vom Leser. Putz dir mal die Nase, dann versteht man auch mal was. Wow, das ist ja mal wirklich sehr, sehr schlecht. Sorry, aber kurze Frage. Sollten Witze nicht witzig sein? Dafür einen Euro im Monat? Ich verstehe nicht, warum ich bei solchen Witze-Videos nicht lachen kann. Sind die so schlecht oder was? Ach ja, dann macht es halt besser. Lustige Witze, Folge 250, euer Kommentarspecial. Viel Spaß. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Heißen Wände, eigentlich Wände, weil sie verwandt sind? Was hüpft rauchend über die Wiese? Ein Kaminchen. Da leckt man einmal das Messer ab und wird direkt komisch angeguckt. Jens, 32, Chirurg. Woran erkennt man, dass ein Motorradfahrer BSE hat? Er peitscht mit seinem Schwanz die Fliegen weg. Zwei Sachen, die niemals alt werden. Erstens Witze über Impfgegner. Zweitens Kinder von Impfgegnern. Ich brauche keine Freundin. Ich habe genug Löcher in meinem Lebenslauf. Welcher Kuchen weiß alles? Der Gugelhumpf. Wie heißt ein Türke, der auf Männer und Frauen steht? Ali B. Du kannst sagen, was du willst, aber alle Männer sind verschieden. So? Meiner leider noch nicht. Einmeldung. Zwei Männer sind von einem Hochhaus gefallen. Der eine ist gestorben, doch der andere hatte Glück gehabt. Er ist mit seinem Auge an einem Nagel hängen geblieben. Wie kann man eigentlich beim Biathlon Zweiter werden? Man hat doch ein Gewehr. Ich habe ein Treffen für Epileptiker eröffnet. Ich nenne es Wackelkontakt. Fee, du hast drei Wünsche frei. Der glückliche Mann nach kurzem Überlegen. Na gut, liebe Fee, ich will gerne weise sein. Fee, einverstanden. Das ist zwar ein seltsamer Wunsch, aber ich erfülle ihn dir. Gib mir zehn Sekunden. Nach zehn Sekunden erscheint die Fee erneut. So, deine Eltern sind jetzt tot. Was ist dein nächster Wunsch? Ich bin leidenschaftlicher Rassist. Oder wie heißt nochmal der Typ, der die Rassel spielt? Warum sind Geisterfahrer die freundlichsten Menschen? Weil sie so entgegenkommend sind. Wer war schon mal bei Folge 1 dabei? Love you all! Ja, im Ernst, wer ist schon seit Folge 1 dabei? Der gibt mir jetzt mal einen Daumen hoch. Höhöh, Likes geiern. Nein, ernsthaft mal. Ich habe mich gerade gewogen. Mit einer Wasserwaage? Ja, ich bin ziemlich schräg. Ich habe den alten Helm von meinem Opa gefunden. Er war wohl mal Elektriker. Warum werden Medikamente aus Afrika wieder zurückgeschickt? Auf der Verpackung steht, nach dem Essen einnehmen. Mein Opa ist gestorben. Oh, das tut mir leid. Was ist denn passiert? Er hat sich mit einem Hammer auf den Finger gehauen. Aber davon stirbt man doch nicht. Deswegen ist er nicht gestorben. Wie denn dann? Er hat nicht aufgehört zu schreien, also musste ich ihn erschießen. Schatz, stell dich mal bitte auf mein Bier. Warum? Es ist noch zu warm. Polizist, haben Sie einen letzten Wunsch vor der Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl? Verurteilter, ja. Könnten Sie mal eine Hand halten? Yo, war das nicht lustig? 250 Wochen lang machen wir dieses Format jetzt schon. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, noch bis Folge 500 weiterzumachen. Seit nun schon längerer Zeit wächst dieser Kanal nicht mehr, aber die Klicks bleiben konstant. Und ich bin ganz ehrlich, das ist okay für mich. Ich bin nun mal kein YouTube-Star mehr wie damals zur Apple-War-Zeit. Aber solange ihr noch dabei seid und euren Spaß in diesem Format habt, werde ich das hier noch weitermachen. Deswegen eine kleine Bitte an euch zu diesem Special hier. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, dass ihr noch da seid. Ich meine, ich sehe immer so viele Klicks, aber so wenig Kommentare. Und gut, was soll man auch jede Woche unter dasselbe Video quasi schreiben? Aber zeigt mir doch einfach, dass ihr noch da seid. Mit einem netten Kommentar, mit einem Feedback, mit einem Witz. Irgendwas. Ich jedenfalls wünsche euch noch ein wundervolles Wochenende und bis nächste Woche. Auf die nächsten 250.